Úrsula § Die Bräderin § 23.5. § 24.9. Elis Vénchín Deoktober Sönner Ursula mit ihr Cumponjas, Purjálas, e Márteres. Sönner Ursula war in ca. 3.12. Sie war in der Rechte Ontetus des Kornovalles in Engelsen. Ursula aber es hat leicht gesagt, dass das Perpettungsgerät durchgebracht wurde, dass es sich auf der Leitung mit Christus gespielt hat. Und mit diesem Imperator kam Maximus in 1382, in der Fronche, der sich in dieser Diage befindet. Diese Brits, die Anglischen, haben sich in der Bretagne ähnliches, und in der Zeit, ohne sie zu sagen. In dieser Diage gibt es die Kononen, die Prinz von der Engeldiage haben, dass Maximus, haben sie für sie die Begründung der Duca und die Begründung der Bretter. Für die Populärs nicht die Ducati, hat sie sich zu verabschiedern und sich zu verabschiedern, indem sie die Begründung nicht mehr. Weil sie so verabschieden, die Englisch verabschiedern, hat sie den Brünen und die Begründung für die Begründung in der Engländer und der Schöckchen so dass sie sich mit der Soldaten und die Gesellschaft in der Bretagne verabschiedet haben. In diesem Fall, sie verabschiedet haben sie die Gebäude in diesen Gebäude, um alle Femäne zu verabschiedern. Indische Mäli-Purzäle haben sie verabschiedet. In China waren sie Böjen, und andere waren sie zu tun, zu machen. Ursula, die weit entfernt waren, um sie zu kennen, für seine Valenzia und andere Bühne vertigte, dass sie dann doch die Kononen, die sie verhörtert werden können. Bei der Quartier mit den Sekunden die Ambassadurs tieren die Rechte, um zu fragen, dass sie die Fähigkeiten für die Fähigkeiten wollen. Viele wollen nicht die Fähigkeiten für Jesus Christus, weil sie die Imperatorin in der Türkei waren. Die Heilbäbäb haben geplant, und sie haben sie mit der Hoffnung und der Hoffnung, die sich die Protektur und Defensur der Seu Purgelad, was sie erneut hat. Er hat sich mit ihren Kampagnen und sie sich in den Naf in der Bretagnen. In Frem, Wind, die sich in der Tudeste anstatt, anstatt die Porte des Martiel bis zum Rhein, und sie anstatt die Kellen. Sollte Ursula, die sich über die Worte und die Menschen anstatt, und sie anstatt, anstatt die Verteidigung, hat sie besucht auf der Nacht der Engel gehalten. Sie sind hier mit ihren Kampagnen in Roma, um diese Devozion zu tun, und sie dann wieder mit ihnen als eine Vos, um die Krone der Mutter, die die Gott hat. Laut der Maun, die sie durch die Brügel und die gesamte Kampagnen-Navigungs-Navigungs-Renzier, in Basilea. Von der Nacht werden sie in Leung, auf dem Köln und der Wald, und in Römer kommen. Sie besuchen die ganzen Baselien, und in speziell als Ihr Sein Apostel, und sagen, dass sie gerne in den Kallisch können, wenn sie die Mutter, dass sie immer wieder auf sie gehen. Auf der anderen Seite, sie zurückkehren sie von ihnen auf sie gehen. Als sie die Mutter gesehen haben, die Mutter auf die Hunde und sie kamen in die Hand von einem krudeligen Angelegen. In den Kapitänien, in Garten, Sönti Ursula, der sich die Möhrchen und Böhlchen in den anderen, mit einem großen Planeten in den Städten. Das war die Regel. Aber Ursula und die anderen Spurzellen haben sicherlich geantwortet, und sie mit frühen Wüste antworten, dass die Barbeer geworden sind, und die Inocenten mit den Wäldern und Böden. Was war der 20. Oktober 1393? Die Christen, der Kellen, haben sich die Körper von den Häusern, und die Lüge der Lümer Teri, und, mehrmals, in den ganzen Tempel, in honor von den Häusern und Mörtern. Untertitelung des ZDF, 2020